Hallo Leute, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, aber zu einem ganz besonderen Video. Denn ich habe fast drei Jahre alte Videos vom alten Kanal gefunden, den ich ja verloren habe. Deswegen gibt es jetzt insgesamt 14 Videos und dieses ist eines von den 14 Stück. Die Videos habe ich natürlich geschnitten, aber das ist, wenn ihr dieses Video seht, auch schon wieder ein halbes Jahr her. Aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute auf meinem neuen Account. No Skin, du störst dir. Wir bauen heute eine Skybase mit meinen zwei Mods oder eben Bots. Hallo. Ich habe ja gelesen, Dark Follow hat die Leute gegrüßt. Dann im nächsten Video. Grüße gehen an dich raus übrigens. Wer ist Dark Follow? Danke. Lukas, sag einfach nicht. Nein, aber jetzt müsstest du es wissen. Also, Lukas wusste nicht, wer Dark Follow ist. Natürlich ist es ein Dudler. Das wusste er dann nach einer gewissen Zeit auch irgendwann. Nicht in dem Video mehr, aber irgendwann. Aber kommen wir zu den speziellen Infos, wie bei jedem Video. Also, das Video wurde aufgenommen am 28.05.2020. Und zwar um 21.48 Uhr und 28 Sekunden. Aber zur Erklärung, wer Lukas ist. Das ist damals mein bester Freund gewesen. Mein Mod, mein Cutter. Also alles mögliche. Also nicht zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Aber ein bisschen später. Das war er dann auf jeden Fall. Und ja, er hatte selten Zeit zum Videos aufnehmen. Deswegen ist er nicht so oft dabei. Aber ja, ich habe viel mit ihm gesprochen. Auf jeden Fall. Also so wie Dark Follow ähnlich. Nur, dass ich diesen Lukas persönlich kannte. Also in real life nicht wie Dark Follow. Das Ding ist, es wird am Ende noch spannend und gut. Das kann ich euch sagen. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel Info. Aber mit der Skybase ist nicht ganz was geworden. Weil wir zu viel Holz gefarmt haben und dann noch Stein voll haben wollten. Wir wollten alle Materialien irgendwie voll haben. Und dann haben wir einfach viel zu spät begonnen mit der Skybase. Aber ich würde sagen, seht selbst, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, wenn es Videos... Ich möchte mal, schreibt mal in die Kommentare, ob Paul auf PC Videos aufnehmen will. Mit Kontrolle, da hat man halt besser. Oder auf soll. Es soll auf linksen. Oder auf Playstation weiter. Also ich sage, es soll... Ja, ja, aber ich habe noch kein Mikro deswegen. Deswegen können wir noch nicht. Das habe ich auch gesagt. Ja, es geht aber nicht. Da habe ich schlechte Qualität wahrscheinlich. Müssen wir mal ausprobieren. Müssen wir mal ausprobieren. Ich habe kein wichtiges Mikro, oder kein... Also... Auf jeden Fall kann ich das nicht am PC anschließen. Also wie viele Metz habt ihr? Äh, ich habe... Also ich habe... 1.300. 1.400. 1.500. Ja, okay. Ich habe einfach ein bisschen... Der, der bei... Der, der bei uns gelandet ist, will uns attacken. Da füge ich euch mal. Ab ihn. Ab ihn. Nein, wenn du mir das klaust. Wenn du dir das klaust, dann machen wir eine Abstimmung. Nein, okay. Vielleicht soll ich... Ich mache vielleicht irgendeine Spaß-Abstimmung. Könnt ihr euch hier eine Abstimmung überlegen, die ich mal einfügen? Ich weiß schon welche. Was? 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 Ist Paul schon. Ah, hallo? Nein, die füge ich nicht ein. Kannst du vergessen. Ist ein Duter schon? Nicht der Spieler, die Marke. Oh. Hartz, das war... Ja, Paul. Ja, genau, Paul. Der andere. Sind da noch Gegner vor uns? Ja, da ist die Gegner. Den hole ich mir rein. Hab ich. Schade. Ich wollte so schön abstauben. Ich habe jetzt... Ja, das wäre es. Ich habe jetzt... Ich bin fast... Egal. Ich habe fast... Über 2000 habe ich, genau. Das wollte ich sagen. Ich noch nicht. 2200. Ich habe 1000. Ich habe jetzt insgesamt 2000 gleich. Ich weiß nicht, woher ich das wieder mehr zack. Irgendwer muss ich hier haben. Ich sage, die haben... Wir brauchen eigentlich... Wir brauchen eigentlich jetzt noch Waffen eigentlich dafür. Ja, ja. Ein paar. Hast du den Runderschreien? Ja, ich habe die. Ich bin auch... Ich habe nur... Ich habe nur zwei... Ich habe nur eine Waffe, die richtig gut ist. Und das ist eine Granate. Und falls ihr baut, baut mit euch. Weil heute können wir noch mal nachfahmen. Oder liegt noch überall rum. Oder sollte es zumindest. Alter, wie das aussieht gerade hier. Ja, ich nehme hier alles aus. Ja, genau. Das darf man sich auch noch machen. Ist irgendwo... Ist doch... Von der Pistole, die ist sogar gut. Komm schon, hier muss doch was drin sein. Kann... Kann es meine Truhe sein, bitte? Ja, bitte bauen Sie. Ja, jetzt. Ich sage jetzt gar nichts. Ja, okay. Ich habe gebackt. Ich habe gebackt. Soll ich euch vielleicht ein Medkit mitnehmen? Ja, klar. Wenn du Platz hast... Nimm alles an hier. Ich habe keinen Platz. Ich habe einen Mandaten-Bazukka. Also... Sag mal nichts. Es gibt ein Sturmgewehr, das gut für... Ich habe ein Sturmgewehr aufrüsten. Ich muss mein Sturmgewehr aufrüsten. Ich muss mein Sturmgewehr aufrüsten. Ich muss mein Sturmgewehr aufrüsten. Nein, 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 nein. Ich habe genug Metz. Ich kann gleich wieder aufsammeln und... Ich habe wieder voll Metz. Okay. Hast du komplett full? Alles full. Komplett full nicht. Also, ich habe bald... Ich habe bald alles full. Ich habe bald alles full. Ich will jetzt das Gebäude hier. Ich habe jetzt insgesamt gleich... Ich habe zwei... Warte, Luca. Ich muss mir noch ein bisschen Metall davon gönnen. Voll. Lass es noch, bitte. Danke. Hälisch. Oh. Nett. Ja, du kannst dir den Boot noch abhauen. Ich glaube, jetzt sollten wir uns gleich hochbauen. Ja. Hey, wir müssen da weg. Das war jetzt. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, die Zone ist richtig nice. In der nächsten Zone erst. Wir haben nochmal Zeit. Aber wir, glaube ich, laufen ein bisschen nach Süden. Auch jemand. Nach da. Braucht jemand ein bisschen, ähm... Relief. Also, ich habe jetzt, äh, gut 2000 Metz. Wollen wir bis nach ganz oben bauen? Ja, bis nach ganz oben. Bis zum letzten Ebenen. Und dann zeige ich euch den Krieg. Hier bauen. Warte, das kann ich ja kurz mal machen. Hier liegt der genug Heus. Nein, das war falsch. Wie viel Platz habt ihr insgesamt? Ähm, 2000 Metz. Ähm, 2000 Metz. Schaut mal. Ich habe jetzt hier, seht ihr das, was ich hier gerade in der Hand habe? So bauen wir dann oben. Und darauf laufen wir dann. Nein, gerade. Da laufe ich nicht drauf. Nein, jeweils. Doch, doch. Ganz am Ende schon, weil das sieht man sonst, wenn wir so ein Ding bauen. Du kannst ja, warte, ich zeig dir mal, wie man baut. Ja, sag mir mal anders nach oben. Ja, das ist von unten, meine ich. Das ist dann. Ja, okay. Okay, so können wir auch. Das ist zwar nicht so. Ding. Ich habe jetzt alles, fast alles grün. Holz, äh, Stein, äh, Metall nicht. Metall habe ich 700. Also, wir machen hier komplett alles kaputt. Ja, das könnten wir auch mal machen. So eine ganze Stadt zerstören. Mit der ganzen Community. Eine Community besteht aus drei Leuten. Da gehe ich gleich rein. Nein. Nein. Du hast auch verschwendet, also bin ich der Einzige. Wer? Wenn einer von euch runterfällt, hat er verkackt. Aber ich hoffe, ihr seid nicht so inkompetent. Ich gehe mal nach Biefing, vielleicht sind, wir sind dann Stinger. Wenn alle hier so inkompetent sind, dann. Aber ich habe zwei gute Sachen gegen ihn. Ja, okay, nach Biefing können wir. An der nächsten Zone müssen wir wirklich hochbauen. Ich bearbeite mal meine Treppe. Hä? Meine Treppe? Nicht irgendwas anderes. Ja, genau so. Schau, solche Treppen bauen wir. Also, ich habe 2300 Meter. Luca, schau mal hinter dich. Solche Treppen bauen wir. Damit wir schnell nach oben kommen. Ja. Ist ja klar. Vielleicht finde ich ein Biefing noch ein paar Boundslust. Wenn ihr das irgendwie einspeichern könnt, dann macht das mal einer. Weil bei mir sind auch die Einstellungen noch nicht richtig. Ja. Ich speichere das mal. Oder es schwimmt welche im Wasser vor uns. Oder es sind Gegner, wo wir die fighten. Warte, 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 warte. Die sind direkt vor mir. Ja, warte. Nicht alleine. Ich habe 2320 Meter. Einer ist da. Ich habe 2320 Meter. Einer ist da. Pass auf, Lukas. Es neigt einer. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Der ist da hinten in der Zone. Perfekt. Okay, in der nächsten Zone bauen wir. Wir bauen jetzt hier hoch. Wo ist denn Firmwattix? Du musst aber die Metz holen. Ja, ich habe hier einfach da. Ist doch ein Metkit, weil nicht. Ich kann dir eins geben. Ja, hier liegen noch Fluss. Werf. Werf die Sachen auf. Ich glaube, das war ein Metkit. Ich habe schon. Nein, lass, lass, lass. Lass. Ich mache mir mal da. Auf dem Stein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ja, ich brauche noch. Stein nicht. Da schießt einer auf uns. Vor uns sind Gegner. Es sind zwei. Nein. Oh mein Gott. Ich bin richtig low. Wenn jetzt, dann ist. Hast du richtig low. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn. Ich muss eine Granate werfen. Ich habe ihn. 5 Headshots gegeben. Kannst du mich nochmal hier mit Bandage versuchen? Ich habe. Ja, okay. Oder hielt dich selber. Ja, okay. Ja, ich bin selber. Ja, ich bin selber auch. Hier, nimm mal den. Ja, okay. Danke. Komm, wir müssen die Pusche. Wir bauen jetzt. Wir müssen hochbauen. Baut, wenn wir dann oben sind. Direkt danach hoch. Warte, warte, warte. Warte, ich hole ihn. Ja, hast du ihn. Nein, er hat mich. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ja, nice. Komm her. Warte, ich back. Scheiß Baum, geh da mal weg, bitte. Danke. Ich schiebe mich kurz so lang. Ja, warte. Wir müssen jetzt hier hochbauen. Direkt von da gleich drüber. Ich habe Bandage, Bazooka. Nehm dir das Mett mit. Ich habe alles 99 Mett. Ich nicht. Hier direkt dahinter bauen wir hoch. Aber wir bauen nur mit der Zone. Langsam, okay? Ich kriege jetzt die Minis. Ja, nein. Ja, komm. Komm, Kuka. So reicht erstmal. Nicht höher bauen, nicht höher. Weil die Zone, wegen der Zone. Wir bauen immer mit der Zone mit, dass man nur eine Treppe oder so sieht. Weil, wenn du jetzt einfach hochbauen, dann wirst du runtergeschossen. Komm, Kuka. Immer hier. Es ist nur noch ein Gegner. Das ist halt das Belastende. Aber lass trotzdem Skybase machen. Oder? Ich habe zwei Mettkits. Kannst du mir jetzt noch Bandage, Bazooka geben? Ach so, ja. Gut, dass du sagst. Danke. Ja. Lukas, ihr müsst aufpassen. Kommt mal her zu mir. Ich hoffe das schon so. Meine Befreude. Viele sind halt. Und jetzt hochbaut. Oh mein Gott. Wer hat das mal gemacht? Ich bin nicht drauf gegangen. Weil ich belebt. Ich bin nicht richtig. Na, ne. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich bin ins Wasser gefallen und bin grad gestorben. Nein, ich bin runtergesprungen. Stell dir mal vor, dieser eine Noob, der jetzt kommt, schnaubt uns ab. Okay, wir machen jetzt keine Skybase mehr, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Wir nennen das Video Fortnite zocken ab jetzt. Planänderung. Nein. Okay. Ich nenn's trotzdem Skybase. 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 Skybase Video failed und wir holen Sieg. So nenn ich's. Nein, ich nenn's Skybase. Ich baue mich jetzt hoch. 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 Bei mir zu sagen, dass wir verrecken aber. Date war hier läuft nicht! Ich baue mich jetzt hochenochen. Lade, du-der Motor. Neue auf, sonst wird uns mitfäl fiction. Der Letta hat geschossen. Ich tell dir vor, ich seh' denn vor. Ehe. 에도 gli ist er schwierig oder rarely. Er schieß' mich runter, er schieß' mich. Der er erschieß' mich durch. Soll ich ihn? Soll ich ihn töten? Der ich bin der Runner. klar, die spinnen yalerweile. Ich beaue mich nie. Ich seh' ihn, ich seh' ihn. Mann, Digga, das ist ein übelster Bord, Leute. Lass versuchen, mit dem zu teamen. Oh mein Gott, ich habe ein paar Hits. Meine Wände sind kaputt. Die sind noch so wie vorher. Lass versuchen, mit dem zu teamen. Nein, hör doch auf. Hör auf, mit dem Team. Wir holen aber Sieg. Wir können Ihnen den Sieg gönnen. Was machst du? Lukas ist traurig gestorben. Ich kann dich nicht mehr wiederholen. Nein, lass ihn. Ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Lukas. Da, dahin läuft er. Okay, Lukas, Grüße gehen raus an dich. Schreibt Hashtag RIP Lukas, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wir töten ihn jetzt. Das erste Mal, wie du siehst. Nein. Lass ihn, lass ihn. Ich will, ich will den Spitzen. Ich will den Spitzen. Lass ihn. Ja, okay. Schatten, warte, 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 lass mich, lass mich schatten. Nein, ich habe eine bessere Idee. Also, nein, es stimmt nichts. Nein, 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 warte, warte. Nein, nicht. Nein, 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 das ist so scheiße Idee. Das ist so schlecht. Ja, zum ersten Mal ein Video-Sieg. Ja. Leute. Ich sage es mal damit. Damit ist das Video jetzt vorbei. Ich bin ein Video-Cluck-Cluck-Clack-Clack-Clack. Okay. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das Cluck-Clack-Clack-Clack-Clack da hören wollt, liked einfach. Ciao. Bis zum nächsten Mal.